hallo, 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 ich kenne wieder mit rechts, dass wir kommen auf unserem großen Kanal und zum kleinen FNAF-Fan-Game heute spielen wir zusammen Five Nights at Freddy's Red Corn 2, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich könnte mich ja verbessern. Vorbilder, ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne dass hier alles gar nicht machbar und zu realisieren wäre. Vielen, vielen Dank, Freunde, für eure enorme Hilfe. I love you. Wir starten ein neues Spiel. Start-Game. Start-Game. How to play. Hoo ihr Mäusern Charakter, Springtap will slowly make your way to your office at the frontside. Then get to the hallway and after a while run away. Eddie Hegg. Sankteprey will make his way to the van. Tracking with the radar. Let's make sight. Press Shift. Ah, press Shift to Flashlight. 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 Verste ändert sich da. Ne, ich hab's nicht gecheckt. Normal-Mode. AJ Hack. Was? Das ist die Dreier-Location? Hall-Flash-Hite? Office-Flash-Lite? Ja, was? Ah, das ist der Hall-Flash. Wo ist die Office? Da haben wir eine Cam. Was? Was? Hey, Jack, hast du oben? Was? Geht's jetzt eigentlich noch schwieriger? Geht's noch ein bisschen schwieriger? Leute, 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 Leute. Also komplizierter geht's ja nicht. Gerade jetzt hier.. Hier hab' ich ja überhaupt keinen Flashlight. Hier hab' ich ja nur den.. den AJ hackt. Und wir können Seal Ventmar. Und dann geh ich in die Camps Use Flashlight, Use Flashlight. Was anderes hab ich ja nicht. Die Möglichkeit. Office, Office. Mein Flashlight war aus. Ich hab's leider nicht ganz geladen. Warum nicht? Aber ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Ich mach gleich mal hier den AJ hack ran und den Seal Vent. Und komm dann öfters mal wieder zurück. Ich geh wieder zurück. Heuer schweig. Ich... ich hab's weg. Ach, ich... ich hab's weg. Ja. Ich schweig. Oh, ich... ich hab's weg. ... Nice! Thank you, thank you, thank you, thank you! Ich darf aber bitte nicht aufregen! Damn! Der ist ja noch hier oben. Der ist hier, ein J-Hack. Der ist auch da oben. Ich verlangsame ihn nur. Ich verlangsame ihn. Silvent. Da war einer. Ach, leck mich doch am Arsch! Das ist doch scheiße! Wenn ich da zwei Umgebungen habe. Mit zwei Aktionen. Und die sind ja sowas von aggro. Ich schmeiß hier gleich mal meinen AJ-Hack rein. Und meinen Silvent. Und dann kannst du mich im Arsch lecken hier. Den habe ich ja... Den habe ich ja weggewogen. Ich schmeiße. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Woaaah! Holy moly! Silvent. Really? Wir leben noch. Wir leben noch. Eine Minute schon. Wir leben noch. Leute, wir leben noch. I'm still alive. Wir leben noch. Was heißt es gibt hier nichts anderes? Last try, last try, last try, get to the hellway and after a while run away, you see the I.E. Hank. The A.J. Hank. That's nice here. I've seen it. I've seen it. I've seen it. No, no front, no, no unbelievable. Cooles Ding. Aber es ist sowas von schwer. Und das im Backding mit der Dreierlocation, das kapier ich absolut nicht. Mit dem A.J. Hank und Sea Event und mit dem Spring Bonnie, das kapier ich nicht. Das war Two Nights at Freddy's We Redconned 2. Nices Game, aber extrem, extrem. Wir bedanken uns bei euch für das Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr mich einschaut. Wenn ihr auf uns am roten Kanal habt, bitte bewerten das Video. Schreibt es in die Kommentare. Aktiviert den Glocke. Wenn ihr noch kein Abo habt, einfach aufs Kopf gedrückt. Und presst den, äh, presst den Handbutton zu Subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Habt Spaß. Passt auf euch auf. Übertreibt es und umbleibt es mit auch alle. Gesunde und mutter. Gesagt. Tschöpete. Ich hab dich da los zu euer SMT in der Mitte, in der Restaurants. Die Leute, äh, und die Rose, die natürlich alle sagen. Außeratmisch. Thank you and good bye. Good night. Bye bye. Bye bye. Untertitelung des ZDF, 2020